Freunde, zuallererst wollte ich mich dafür entschuldigen, dass diese Woche noch kein Video kam. Ich war absolut im Stress, es war eine der vollsten Wochen meines Lebens. Ich habe zwei Klausuren schreiben müssen, das sind Klassenarbeiten in der Oberstufe, weil ich gerade mein Abitur mache, könnte das leider des Öfteren vorkommen. Des Weiteren musste ich mehrere Referate vorbereiten und auch noch einen Vokabeltest schreiben. Da war leider absolut keine Zeit mehr, weder dafür Content zu produzieren, noch aus diesem Content dann letztendlich ein Video zu machen. Dennoch habe ich für mein 2000 Abonnenten Special, das immer noch nicht kam, weil ich es eigentlich bei 2500 machen wollte, aber jetzt habe ich mir gedacht, warum warten ein Q&A? Allerdings, das Problem des Ganzen, wo keine Fragen sind, da können auch keine Antworten kommen. Deswegen, schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare, auf Discord, sonst was, wo auch immer ihr mich kontaktieren könnt. Ihr könnt sie auch in den Club in Roysters schreiben, wenn ihr Teil dieses Clubs seid. Dann werde ich versuchen, für morgen oder Montag ein Video hochzuladen und das Ganze dann zu beantworten. Ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt, es gibt kein Limit, kommt natürlich auch stark darauf an, wie viele Leute letztendlich Fragen stellen werden, aber ich werde versuchen, auf möglichst alle Fragen einzugehen und damit bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Ciao!